Ah, ich meditiere noch ne Runde. Weil wir keine Tränke mehr haben. Wo ist denn der Schatz? Ach da. Ei, 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 ei. Das ist doch viel. Auf Schweinshaut geschriebenes Tagebuch. Könnt ihr euch durchlesen? Alter, der war daneben gelaufen. Vollhorst. Okay. Plötzlich spieg ich 10 Tonnen. Bitte trag mich. Ah, gut. Äh, Weltkarte. Das nächste wäre echt weit. Na ja, dann... Machen wir das auch noch? What denn? So ein Wildspine. Oh Gott. Oh Gott. Oh. In 3 Jahren. Alter! Könnt ihr mal aufhören? Wo ist das scheiß Nest? Bah. Ich muss es zerstören, wenn sie alle alle machen sollen. Ah. Voll die Blasen, Alter. Was mit dem? Das sitzt einfach rum. Das ist am Schehen. Macht nichts. Drecksau. So. Wir. Ich. Vielen Dank. Boah, Alter hast mich erschrocken, ey. Wo kommst du näher? Ich dachte schon plötzlich geht es mit mir wieder. Ich hab schon... Hä? Was? Wie ist das möglich? Komm schon. So. Das geht aber schnell, ey. Ich bin schnell wie der Wind. Mich kann niemand aufhalten. Nur der Tod. Wett. Das tut's, ne? Äh. I'm hanging in the Luft. Tchalalalala. Wo bin ich denn jetzt hier? Gehe, lande, heh, heh. Äh. Plätze verteidig dich oben selber. Wett. Das ist ein Drecksfiecher, ne? Komm her. Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh, die Mutter. Monster. Monster Nest wieder. Oh, wo ist er? Ah. Wo ist denn das Nest? Was? Wo ist denn... Die Markierungen sind für oben, ne? Die Felsen sehen ja auch krass aus. Alter, was ist das denn? Ich hab mir vor der Schockel. Au, au, au. Drecksfieh. Oh Mein Goodness Wir haben das Haupt Lager Boah, Alter Zerstören, schnell Hey Also das ist nicht das Nächst Da hinten ist das Nächst Ich muss es zerstören Wenn Sie ein für alle Mal verschwinden sollen Da war es doch gerade Ja, die kann man nicht gerade sehen Okay Sonst ging es mal Mann, ey, scheiß Ding So, aber ist so ein Sex, ne? Ah, hier Ein Soldat Ein Eid Eid in Schriftform Ich abonniere dir im Wappen der Lerche Schwöre hiermit feierlich Die Beste in die Höhle Höhlen Des Marse Sands War jetzt mit eigener Hand zu erschlagen Dies werde ich vollbringen Oder beim Versuch sterben Bei meiner Ehre Ich werde nicht vom Schlachtfeld fliegen Und mich keiner Tricksereien bedienen Sondern tapfer Und mit Offenem Visier kämpfen Ich bekräftige Meinen Schuhe mit diesem Dokument In Gegenwart von sieben Zeugen Aubin Rudir Vom Lärchenberg Wappen Okay Die schwebende Luft, okay Alles klar Bei denen läuft es Nicht mehr Wo ging es Wo ging es jetzt hier raus Da ist er Ich kann Ich bin da nicht langsam Es gibt mir die Merke Da Oh, hier geht es raus Okay Was er noch klettern kann Das ist ein Wunder Ein Wunder der Natur Hey Ah, hier Hallo Ah, ja Eingang Speichern wir So Plätze Kommt aus der Höhle Ich halte vor Kommt da hochgeklettert Das fehlt jetzt noch Okay Wir können das nächste noch machen Ach, das ist direkt hier Hä Ja, okay Mach mal das Ach, 60 Meter Plätze Oder doch Plätze Ich bin ja Am Am Überlimit Sorry Das sind nur 60 Meter Ah Ah, die Endri jagen Ätzende Viecher Aua, Plätze So Schnell Zerstören Da war das Der Lauch Bumm Vielen Dank für den Oh Ei, ei, ei Dein Exzermischer Schreckt Ei, ei, ei Bei der Nacht weißt du Nichts zu tun Außer hier zu beobachten Wer das hier löst Kommt auf einmal Gut gemacht Ähm Quests Genau Warte mal Hier das Wo ist das denn noch Äh Was ist hier Hey Da ist ja nix Noch Das Schirm Falls Oh Plätze Ich hab nur Trank genommen Beruhig dich So Dann geh ich Sowieso Mana da Wegen dem Wegmarkierer Schau mal Was ich von Der Drohiden Bekommen habe So Und das Ist immer schon Hippi Ja Oh Wer wollte Einfach Ach krass Skript das mal Ich kenn mir Alles schon Wo hast du denn Diese Katzenaugen her Oh Ist das hell Oh 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 Räumungsbefehl Was war Plätze Was macht der man Ii was macht der man Im plötz des arsch Mit dem kopf Ich frage nicht Was es werden soll Äh Okay Ich frage nicht Warum ist der friseur Ja gut So viel dazu Äh Der Plätze Bis wir trainieren Alter Ein bisschen Für die Hufen War Ich tue Wofür ich bezahlt werde Was ist denn Wenn ich da oben sitze Laufplätze Naja Keine Ahnung Ich mache Ihnen einen kleinen Cut Und wir sehen uns dann Beim nächsten Mal Tschüss So Leute Es geht weiter Mit der Witcher 3 White in hand Und ja Ich wollte ja Ah Wieder Fragzeichen Das ist Weiß was Ich mache Das ist die Outquest Geh mir so Irgendwie Geist Die ganze Zeit Meine Mission Mook Eroberung Komm Wauern das Diese Verkauf war erst Ja was Das ist ja In der Stadt Oder Was ist da Okay Steck mal ab Nein Oh Gott Ey Es war hierhin Zack Ein bisschen Klubatsch verkaufen Wo haben wir es denn Markieren wir das mal Hier Wo ist das nachgeladen Genau Genau Edmücker Ein Hexer Ein Hexer Ein Hexer Das bedeutet Ärger Wir müssen mir das nicht Zehnhundertmal sagen Ein Hexer Ein Hexer Ein Hexer Wie wisst du was wir sind Ein Hexer Ein Hexer Ein Hexer Ist ja gut Ach ist das hier nicht Hier der Der die Quiz hat Die wir gerade gemacht hatten Der beste Stahl Stopp schon Zeig mir was du hast So Waffen Weg damit Das kann weg 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 Das 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 Und das hier So Hier hat er Da auch Wichtige Sachen Ja Die Goldsachen Na Der Esel Nicht mehr so viel Also von daher 31.000 Mega Das ist für die Reiche Das ist für die Reiche Familie Voll die Reiche Ich wusste gar nichts Was ich damit Kaufen könnte Was ich Ehrlich bin Aha So Benimm dich bloß Freundchen Bist schließlich In Beauclair Natürlich Durch Platz da Ich muss hier durch Hier durch So Gleich Nur Bei dir Trink Mach den Gürtel Locker Du bist Die Cousin Wein 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 Was Genühe Wein 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 Voll nicht besoffen. War kein Auftrag, ne? Ne. Ach, danke schön. Das freut mich aber. So, Abkürzung. Oh, neue Markierung. Nice. Oh. Okay. Wir pesen durch. Wir pesen durch. Wir pesen, 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 pesen durch. Wir pesen durch. Gerade nur strax zum Ziel. Wir pesen durch. Wir pesen durch. Wir pesen durch. Wir pesen dort. Wir pesen, 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 pesen. Oh. Ähm. Ja, es ist jetzt nicht so gut, ne? Was heißt das? Dass ich keine Nebenquests mehr machen kann? Pff. Müdes Grafen de la Cua. Ich weiß nicht, soll ich? Eure Feinde haben verraten. Ihr kämpft zum Besten des Herzogtums. Hauptmann de la Tua bespricht die Einzelheiten mit euch. Hm. Wie hieß die Quest immer? Mhm. Mhm. Anscheinend haben wir irgendwas, noch was hier fehlt. Vielleicht das mit Gwin zu tun war. Force war. Das Monster auf Tufu. Haben wir auch noch. Ich speichere mal. Falls irgendwas ist. Gäbe es jetzt nicht mit. Und wie sehr denn das andere ist. Aber. Wenn nicht, dann ist es halt so. Gerard, gut, dass du hier bist. Bereit, Duntin anzugreifen? Du hast offenbar schon einen Plan. Erklärst du ihn mir? Wir haben zwei Ziele. Die Schwester der Herrin finden und die Männer schnappen, die den Vampir erpresst haben. Duntin ist eine schlichte Anlage. Mehrere Gebäude. Eine Mauer drumherum. In der Mitte steht der Bergfried, der vor kurzem von Roderick, dem älteren Ritter der Burg, wieder aufgebaut wurde. Wir greifen hier an. Durch das Haupttor. Und sichern dann den Bereich vor dem Bergfried im Sturmangriff. Wie viele Männer verteidigen Duntin? Weißt du das? Roderick hat einige Ritter zur Verteidigung da. Es ist keine Armee. Aber es könnten ein paar Dutzend sein. Außerdem hat Roderick vor kurzem eine Bande fremder Söldner aufgenommen. Aber über die wissen wir wenig. Die Männer des Zintrias, ganz bestimmt. Ich bin ihnen in der Stadt begegnet. Sie wollten mich töten. Wir müssen von beiden Seiten zugleich zuschlagen. Du ziehst die Verteidiger auf dich und beschäftigst sie. Ich schleiche mich von hinten rein, suche die Frauen und sorge dafür, dass ihnen nichts passiert. Ich springe über die Mauer, sobald ihr angreift. Dein Plan ist ein großes Risiko für dich. Aber du schaffst das. Gehen wir. Alles klar. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Einige Zeit später. Es geht los. Schnell. Schnappen wir uns Rodericks Pferde und hauen ab. Wir kommen nicht weit, wenn die Jungs da vorn nicht durchhalten. Nicht so schnell. Kleine Planänderung. verdammt nochmal Mal Hilfe! Er bringt uns hoch! Scheiße. Alter. Das Pferd, ne? Was hab ich jetzt markiert? Anfisiert man ja nicht. Nein, da kann ich gerade mal was zu essen. Idioten. Hm. Ich will ihn noch mal blocken. Ach egal. Weißt du was, ich scheiße einfach auf die ganzen Sachen, weil wir haben eh so keinen Gebrauch mehr davon. Das was das letzte Mal ich hier aufgehoben habe. Geil. Keine herzoglichen in Sicht. Sie bewachen sie wohl nicht. Rodrik hatte recht. Wir können fliehen. Wir schaffen das. Mein Handgast. Oh verdammt. Lade diese Kisten aus dem Wagen. Oh. 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 Das sind einige. Misch knackst du nicht so schnell. Oh. Oh. Alter! Hey! Hat der ihn aktiviert? Das ist nur der Typ da. Scheiße, das ist der Typ, oder? Ja, das ist der Typ. Na komm. Wichser. Kontert. Wo ist die Gefangene? Die Frau? Was? Was meinst du damit? Ich weiß nichts. Wo sind sie jetzt? Im Bergfried. Sie bereiten ihre Flucht vor. Ist jemand bei Ihnen? Eine Frau namens Sienna? Ja, natürlich. Sie hat mich überredet, sie aufzunehmen. Und jede Menge Ärger gleich dazu. Wo ist sie? Die Musik auch noch. Wir würden zusammen fliehen. Ich... alter Dummkopf. Ich hätte... alles für sie getan. Wo ist sie? Auch im Bergfried? Ja... ja... Ihre Gemächer sind... im Turm. Ganz... oben. Was... Was wird... aus mir? Hm. Hier. Drück das auf die Wunde. Das stoppt die Blutung. Ich... 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 Ich danke dir. Was ist hier los? Sie sind... Pipine! Da ist einer! Töte den Scheinleister! Irgendwann... Für... Eijai! Oh! Du wirst sterben, du kleiner Schrottel! Er ist auch schnell! Alter! Alter! Du wirst sterben, du kleiner Schrottel! Alter! 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 Oh, die Sache. Oh, da ist er. Alter. Ich habe nicht gesehen, dass er da ist. Du wirst sterben, du kleiner Sponke. Weh. Aufpassen. Kann man die Kontern? Hey. Hey, wie geht nochmal Kontern? So. Ich reiß dich in den Fetzen. Oha. Geht gar nicht mit dem. Man kann nicht kontern. Arsch. Behinderte Arschloch. Ich meine, äh, was? Alter Schwede. Methin geht hier gar nicht, wa? Scheiße. Das ist extrem, wa? Was sind denn da? Bogenschützen, okay. Okay.